Ja Leute, jetzt Willkommen zurück zu einem neuen Part zu Youtubers Live-Stripe Das müssen wir heute machen, dass wir ein bisschen Geld rein bekommen Super Strikes Boss Ja, Super Strikes Boss Ich weiß nicht, ob wir das haben 23.000 irgendwas, okay Ich weiß nicht, aber hier war ich auch noch ein bisschen Ja, ich muss mir diese Karte rein Ja, ich muss mir das Karte aussehen, dann zie ich das Karte Wow, ich bin halt die, ich denke mir gab mir wirklich gerade die Frage, weil, ich habe ja gesagt gehabt. Mit dem USB, mit dem Prozessor da. Weil, ich meine wir haben 80.000. Ich bin halt am überlegen. Eigentlich kann man direkt, also, ich weiß nicht, wie Sinn macht den jetzt noch schon, weil wir haben 80.000 und der kostet, ich meine, das ist halt so gering. Ich glaube eher, mal gucken, wie wir es am Ende machen, weil, ich meine in einem Part hätten wir das wieder zusammen, das Geld für 93.000. Und, ich glaube, das ist so gut. Gucken wir jetzt mal bei Spiele 1 einmal vorbei. Okay. Und dann fehlen wir die immer. Gucken wir mal. Okay. Okay. Cool. Was war das für ein Fehler? Ja, was, was ist das denn? Also, wir machen aber dann bis Mittwoch. 24.000 Leute werden das Geld da verdienen. Bis zum Prozessor für 90.000. Wenn ich richtigere Smeetab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich komm echt Also, irgendwie hab ich gerade etwas falsch gemacht, das habt ihr gesehen. Und, das meinte ich ja, jetzt haben wir halt den besseren Prozessor. Da. Nicht bewegen, sondern bearbeiten. Kommt da über das Bleistoch aus, ja. Ja. Gut. Ja, und das zum Thema, ich wollte eigentlich einen anderen da haben. Aber egal. Weil jetzt nehmen wir einfach den. Beim RAM. Ich denke eher, wenn wir das Geld haben, dann holen wir uns einfach hier. Den besten RAMs, den es dafür gibt. Video bearbeiten. Nein, nein. Da upgraden. Den Prozessor können wir jetzt schon verkaufen. Oh, den RAM, den brauchen wir noch. Oh, halt. Wenn wir dann irgendwie mal gucken. Das wir mal. Noch mal weiter kommen. Auch mit unserer Nebenquette. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, ähm. Okay. Da sehen wir es halt. Ja. Jetzt das Spielstück. Okay. 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 Da. Dann, gehen wir einmal wieder ins Fitnessstudio. Wir müssen, wie gesagt, immer noch... Danke! Dann müssen wir jetzt noch... Jetzt, ihr seht hier, weil wir können fassen, weil wir gut sind. Haben wir ein Paar Parts? Was ich meine? Was ich meine, öffnen wir mal noch, unser Smartphone. 20.000! Und zwei Tage muss da fertig sein. Und das Spiel bestellen wir uns. Und da haben wir das bekommen. 2.000! 2.000! 2.000! 3.000! 3.000! 3.000! 3.000! 3.000! 4.000! 4.000! 4.000! und hat er mal put put abgelangt Jetzt habe ich noch den W.I.P. bereit. Wir brauchen 500.000. Denk ich. Um da reinzukommen. Weil wir sind jetzt bei 190.000. Da waren wir klarer. Aber wir müssen immer noch mit dem Professor da reden. Ja, das ist bei 190.000 und den Hauswert haben wir nochmal gestiegen. Wir sind schon in der Top 18 angelangt. Und da haben wir unseren Prozessor. Das ist halt das Videospiel, was wir halt wollen. So. High turn. High turn. High turn. Green upgrade on. 11 Okay Wie viel? Wie viel? 25.100 Wir müssen spielen Heroes of Thunder Haben wir das da? 25.100 Nope Vergara Müsste dann haben wir ganz kurz Clara, hallo? Ja 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 Irgendwann Was ist das? Stop, Sildhunt He was so fun, der Was ist das? Was ist das? ok das machen wir nur noch ganz schön noch den stream noch machen müssen also ich glaube halt wenn wir den ram haben dann setzen wir uns ja komm wir holen uns dann erst den neuen ram 25.000 waren das so so Untertitelung. BR 2018 Trost, dass wir einmal einen Fehler gemacht haben. Es ist egal, ob es ein Problem wäre. Und dann noch das... Oh, Moment. Wow, 36.000. Also für nur noch 30.000. 95.000. Also für nicht mehr viel. Weil wir gut sind, haben wir das Geld zusammen. Ungefähr... Keine Ahnung, wieviel Parts... 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Ich gucke einmal ganz kurz... Wer braucht das? Haben wir auch! Lass uns zusammen! Zusammen. Hallo! Ich will gerne reden. Okay. Mehr wollte ich nicht von dem Spiel gerade. Okay, ich weiß nicht, wann wir die 200.000 erreichen. So, dann würde ich vorschlagen. Was ist das für den Part? So, dann schau. So, dann schau. So, dann schau. Jetzt schauen wir uns gleich.